Guten Morgen! Ja, es ist jetzt Montag. Die Mia ist krank. Da ging es gestern schon nicht so gut. Ja, deswegen ist sie jetzt zu Hause. Ich sehe ein bisschen verschlafen aus, ne? Sie hat mich gerade gefragt, ob ich jetzt Milch machen kann und Cornflakes. Und Baby Ben braucht auch eine Milch. Das werde ich jetzt mal machen. Wartet, ich muss mal ganz kurz Baby Ben ins Bett legen. So, aber ich habe gerade eben das Ende von Gilmore Girls geguckt und das ist ja irgendwie so traurig. Also es ist traurig, dass es zu Ende geht. Naja, ich will euch ja nichts verraten, aber es ist eigentlich schön, aber ich finde es traurig, dass es zu Ende ist. Mia, möchtest du aus dem Glas trinken? Ja, wir sind heute alle ein bisschen verschlafen aus. Mausi! Ich mache doch deine Milchschuhe. Möchtest du dich mal an Baby Ben? Nee? Dann nicht. Du bist ja auch krank. So. Mia möchte bunte Cornflakes essen. Hat nur noch den Tau. Aber nein. Du? Na, wenn du keine mehr möchtest, dann kannst du dir auch, äh, kannst du dir weiter legen lassen. Ja, ich wollte eine Milchschuhe. Aber ich habe doch hier eine Milchschuhe. Du wolltest eine Milch und Cornflakes mit Milch. Kriegst du. Eben gerade. Kennt ihr das bei euren Kindern irgendwie? Also Ben, der ist so, erst weint er gar nicht und dann von jetzt auf gleich. ist er voll am Schreien und will sofort und tut so, als ob ich ihn schon 10 Stunden lang schreien lasse. Ist aber nicht so. Jetzt mache ich kurz die Milch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh, ich habe sie richtig zugemacht. Ich melde mich gleich nochmal. So, ich habe jetzt gerade erst mal, ähm, Sheila rausgelassen. Die ist nicht mehr läufig, glaube ich. Glaub ich. Also sie riecht noch interessant für Apollo, aber der hat auch schon wieder Hunger. Der hat davor die ganze Zeit immer nichts gegessen und jetzt hat er wenigstens schon Hunger, ne? Ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, unser Wochenende war eigentlich nicht ganz so toll. Von Samstag auf Sonntag hat Mia irgendwie mitten in der Nacht um vier hat sie voll laut mich gerufen. Und wie ich hingang, hat sie aus ihrem Bett gekotzt, äh, gespuckt. Ja, erst mal in ihrem Bett gespuckt und dann durfte sie mit zu uns und dann hat sie auch noch einen Eimer gespuckt. Also da ging es echt nicht gut. Genau, dann habe ich ihr einen Kirschtee gemacht, den wollte sie Max ja so gerne und dann durfte sie, also nachts Kinder, wenn sie gucken, also um vier, ähm, und hat halt bei uns mit dem Bett gelegen in der Mütze. Da haben wir so ein bisschen sie gekuschelt und so und dann habe ich ihr, genau, du kannst das schon ganz gut erzählen. Dann habe, äh, dann ging es ihr halt immer noch nicht so gut, ihr war immer noch schlecht. Dann habe ich ihr, glaube ich, um fünf oder so so einen, ähm, Womax-Saft gegeben und der macht ihr richtig müde. Kannst du den Womax-Saft ganz gut erzählen? Ja, ähm, dann habe ich ihr ebenfalls einen Womax-Saft gegeben, ja, weil es ihr halt nicht so gut ging und der macht ihr richtig müde, also Womax macht ihr richtig müde und dann hat die, hat sie geschlafen bis acht. Um acht wollte sie dann in ihr Zimmer gehen und wollte eigentlich malen und ich so, ja, okay, habe ich schon fünf Minuten später geguckt, lag sie in ihrem Bett und hat geschlafen bis elf. Also es war echt so ein bisschen, hat sehr viel geschlafen. Ich habe sie nicht gemalt. Ne, du hast doch nicht gemalt, ne, bist gleich ins Bett gegangen. Ne, was hat sie dann, lag sie dann bis elf im Bett, hat geschlafen und, ähm, dann wollten eigentlich gestern, ähm, meine Eltern mit ihr auf den Weihnachtsmarkt gehen, aber ich habe denen schon gesagt, dass sie krank ist, dass das nicht so gut ist und dann lag sie die ganze Zeit auf dem Sofa und dann haben wir noch kurz Besuch bekommen von dem Cousin von meinem Mann, weil der den Kühlschrank runtergetragen hat und selbst da ist sie halt nicht aufgestanden und dann dachte ich mir auch schon so, wenn sie da nicht aufsteht, ne, von Malu, genau. Wenn sie selbst bei, wenn sie selbst da nicht aufsteht, dann ist da schon irgendwas nicht okay. Und dann haben wir sie gefragt und durfte sie noch in ihrem, äh, Zimmer nochmal Fernseh gucken, weil sie ist ja krank, ne. Und dann habe ich gedacht und meinte mir mal so, oh, die ist ja ganz schön heiß und habe Fieber gemessen, hatte sie 39,3 Fieber. Dann hat sie noch so einen Ibuprofen-Fiebersaft bekommen und, weiß ich nicht, eine Stunde später ist sie hier rumgehüpft, ne, wie so ein Engelchen. Also überhaupt nichts mehr, also dann hat sie die ganze Zeit, hatte sie Hunger, davor wollte sie auch nicht wirklich was essen, hatte sie Hunger, wollte sie meinen und basteln. Und dann habe ich mit ihr noch ihr Zimmer so ein bisschen geschmückt. Musste nicht essen alles. Naja, dann hat sie jedenfalls gebastelt und so, wir haben ihr Zimmer geschmückt und es war alles richtig gut, ne. Und dann habe ich sie, dann hat sie, ähm, noch so ein bisschen im Bett gelegen und dann habe ich sie gefragt, ob sie morgen wieder in den Kindergarten will. So, ja, sie weiß es noch nicht. Ja, und heute Morgen wollte sie einfach nicht aufstehen. Also da war sie so wieder voll, ja, voll müde, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit geschlafen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann lasse ich sie heute nochmal zu Hause. Und jetzt eben war sie auch wieder so richtig matschig irgendwie. Und sie hat gesagt, sie hat, ach genau, sie schläft ja nachts immer mit einer Windel und sie hat, ähm, sie macht nie ihr großes Geschäft in die Windel. Nie. Also, das ist wirklich schon seit zwei Jahren so, hat sie es noch nicht ein einziges Mal gemacht nachts, ne. Und, ja, jetzt war was drinne und sie hat halt irgendwie Magen-Darm. Ja, und jetzt sagt sie halt, sie hat Bauchschmerzen. Ja. Sie hat halt Bauchschmerzen, das habe ich ihr halt die Cornflakes gemacht und Milch wollte sie unbedingt trinken. Und jetzt pflege ich sie so ein bisschen gesund. Ja. Ich habe gestern mal gebadet und habe meine Haare einfach so, ja, Luft trocknen lassen. Deswegen sind jetzt, jetzt sehen die so aus. Ich muss mich gleich mal fertig machen. Und ich habe gestern einen, ähm, Lidl-Hall hochgeladen und irgendwie kommt der ja ganz gut an bei euch, der Lidl-Hall. Und, ja, dachte ich mir, ich muss ja ständig einkaufen gehen, weil meine Kinder und mein Mann, die essen halt sehr viel, ne. Vor allem mein Mann isst viel und gerne. Und dann dachte ich mir, kann ich euch öfter mal mitnehmen. Mitnehmen oder euch auf jeden Fall zeigen, was wir so einkaufen. Heute müssen wir eigentlich auch noch los, weil, also, der Lidl-Hall, den ich euch gezeigt habe, der ist, irgendwann, ist ich glaube, Montag, waren wir einkaufen. Also, das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Und, also, zwischendrin waren wir halt so ein bisschen einkaufen. Haben halt so, ja, was noch viel, mal so Brötchen und Mett gekauft oder so, ne. Aber ansonsten waren wir eigentlich nicht einkaufen. Und heute muss ich auf jeden Fall Getränke kaufen. Weil, wir haben nicht mehr so viel von meiner Mezzo-Mix ohne Zucker. Und das ist ja ganz schrecklich, wenn da nichts mehr da ist. Aber das muss ich auf jeden Fall noch kaufen heute und halt auch noch mal so einkaufen gehen. Und das Gute ist, ich kann euch das ja gleich mal zeigen, unser Kühlschrank ist ja, ich habe ihn euch immer noch nicht gezeigt. Ich habe immer gesagt, ich zeige ihn euch, aber ich habe nicht gemacht. Also, das Gute ist, unser Kühlschrank ist jetzt ja oben. Es war richtig schwer, den hochzukriegen, aber wir haben es dann doch geschafft, weil man hat die... Und der andere Kühlschrank ist unten, genau. Also, es war richtig schwer, den hochzukriegen, aber man hat quasi die Türen abgebaut, weil wir mussten eh den Anschlag wechseln, deswegen musste er die ja eh umbauen. Und dann konnten wir die ohne Türen hochtragen und dann ging es eigentlich, aber es war... Also, war der halt so sperrig. Also, von dem Gewicht her war er gar nicht mal so schwer, aber von den Maßen ist es halt sehr sperrig und hat halt nicht so richtig reingepasst. Auf jeden Fall der Kühlschrank, der ist ja auf jeden Fall oben gewesen jetzt. Und der andere stand da daneben, dann haben wir den alles ausgeräumt. Und dann hat gestern mein Mann den mit seinem Cousin runtergetragen und heute zwischen 12 und 15 Uhr wird der Kühlschrank abgeholt. Hoffentlich. Ich hoffe, die nehmen den mit, weil wir den nur so ein bisschen eingepackt haben mit dem restlichen Papierzeug, da, Pappezeug von dem neuen Kühlschrank. Ja, und jetzt kann ich endlich, also die ganzen Fächer funktionieren jetzt halt bei dem Kühlschrank. Ich habe halt ein so ein riesen Gemüsefach, ein, zwei Fächer für Wurst und Käse und auch, ja, ansonsten ganz viel Platz für Getränke und so. Ist halt echt cool. Und das bedeutet... Ich muss mich mal... Ich muss mich in die Mitte setzen. Oh, das bedeutet eigentlich, dass ich jetzt wieder einkaufen kann vernünftig und dass meine Sachen nicht einfrieren und nicht kaputt gehen und so. Und das Gemüse, das hält halt auch total lange. Also da kann ich wirklich einmal die Woche Gemüse kaufen und... Ja, zählt noch eigentlich zwei Wochen oder so. So, ich werde mich jetzt fertig machen. Ja. Und ich zeige euch mal, wie meine Haare gleich aussehen, wenn ich sie gekämmt habe. Und die glättet hat. Nee, glättet du, wie sollt nicht. Putze die Zähne. Guck mal, siehst du dich? Ja, putze die Zähne. Ja. Ja, und ich... Mama hat gerade die Küche aufgerollt. Mhm. Ja, und die ist jetzt fertig mit aufrollen. Stimmt? Stimmt. Also nur die Küche ist ja rastet hier. Wie sieht das Schlafzimmer aus mir? Nicht gut. Nicht gut? Aber na ja. Ja. Ist das schlimm? Nee. Nee, ne? Machen wir irgendwann anders. Nachher oder so. Oder morgen. Nee, vielleicht heute noch. Nee? Ja, weil wir heute ganz viel machen, aber nicht Mittagsschlaf. Nicht? Nee, sondern es geht auch bei Herd ganz, ganz schnell. Dunkel wird es ganz schnell, ne? Ja, also können wir nicht Mittagsschlaf machen. Mia Maus putzt sich heute die Zähne. Aber ich möchte da drauf. Okay. Guckt doch einfach mal an, wie das hier aussieht. Das ist einfach... Gefällt mir nicht. Ich werde jetzt meine Haare mal glätten. Mama, die Tröten machen immer Klack. Okay, das... Ja, Zähne putzen bitte weiter. Aber Mama, wenn du noch ausfällst... So, bis das Glätteisen fertig ist, reden eure Kinder eigentlich auch so viel. Also ich habe das Gefühl, Mia redet ununterbrochen. Und manchmal ist es auch echt so, dass ich sage, oh, nicht schon wieder reden. Ich will einfach manchmal meine Ruhe haben. Also, einfach, dass ihr zu viel redet. Boah! Apollo lässt das! So, Mia Zähne putzen, habe ich gesagt. Und sie hört nicht auf mich. Ich sage, 5000 Mal sie die Zähne putzen und sie macht es nicht. Aber Mama, weil ich meine ganze Zeit auf die Treppe... Ja, man braucht aber keine 5 Minuten die Treppe runter zu gehen. Geh bitte deine Zähne putzen. Aber das ist nicht so schnell... Gehst du bitte die Zähne putzen. Mach mal wieder Zahnpast da drauf. Da ist gar kein Zahnpast da drauf. Ja, bitte, hör auf zu reden. Kannst du mal 5 Minuten ruhig sein? Geht das? Doch, Zähne putzen. So, ich habe auch angestellt, habe ich schon. Ich sitze jetzt gerade in meinem Auto und habe vorne die Fensterscheiben schon eingesprüht. Und das war gerade mein Scheibenwischer. Seht ihr das? Wie kalt das ist. Ja, ich habe mir jetzt mein Auto schon eingesprüht, weil ich irgendwie keinen Kratzer hier habe. Und jetzt warte ich noch ein paar Minuten, bis das irgendwie warm wird. Weil das ist echt so ein bisschen... Und ich muss mal ganz kurz die Dings voll aufdrehen. Ich hoffe, das hilft. Ich habe jetzt gerade nochmal durchs Fenster was hingesprüht, dass ich wenigstens etwas sehen kann. Und ja, ich habe mir überlegt, wo ich hinfahre. So, ob ich zu... Ich will ja jetzt einkaufen fahren. Ob ich zu... zu Niedel fahre. Das ist voll komisch hier, weil ich habe hier so eine... Also, das ist Automatik. Ich kann ja nur mit Automatik Autos fahren. Und das Ding ist halt ein Amerikaner, unser Auto. Und deswegen hat der die Schaltung quasi hier am Lenkrad. Also, da ist sozusagen dieser Schalthebel, wo ich dann von rückwärts in Vorwärtsgang wechseln kann und so ein Zeug. Und das Problem ist, ich sehe halt erst, in welchem Gang ich bin. Und im Discount habe ich das Handy vorgestellt. Aber so, jetzt fahre ich ja erst mal. So, das 2 Uhr im Rad, weil ich gedreht habe. So, also ich habe mir überlegt, wo gehe ich einkaufen? Gehe ich zu Lidl einkaufen oder zu Aldi? Aber weil ich das letzte Mal bei Lidl war, dachte ich mir, ich könnte jetzt mal wieder zu Aldi fahren. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Scheiße, Sonne. Oh, die ist aber echt niedrig heute, die Sonne. So, ich bin voll K.O. Ich habe mich das Einkaufen voll fertig gemacht. Ich habe jetzt die drei Taschen hier hochgetragen. Baby Ben habe ich auch hochgetragen. Wo bist du denn? Ich muss erst mal drehen. Hallo. Hallo, kleiner Mann. Hallo. Ich zeige euch jetzt mal die drei Taschen habe ich jetzt gekauft. Ich hoffe, ich habe den Baum noch eingesteckt. Ja, habe ich. Ich muss jetzt mal einen Topf machen. Ich habe mir jetzt einmal die Haare aufrum gelassen. Ich kann nicht mehr. Das ist so nervig. Man hat immer irgendwas im Gesicht. Man muss immer die Haare rum machen. Und jetzt einfach hier eins von solchen. Hier, wir haben so eine ganze Kiste mit Gummibändern. Aber ich verliere meine immer. Und hier kann ich mir so einen Dutt machen. Ja, dann werde ich das jetzt mal mit euch zusammen auspacken. Ich muss mal gucken, wo ich euch hinstelle. Ja, ist das gut. So. Wird gemacht. Und fangen wir mal an. Übrigens. So lange ist der Baum wieder. Unfassbar. Ich habe mich mit dem 71,26 Euro gespielt. Ich finde, das ist okay. Hallo, Baby Ben. Hallo. Guck mich mal an. Sag mal Mama. Ja, lach doch mal. Ja, lach doch mal. Oh. Gespuckt. Das heißt, oh, schon wieder gespuckt. Mama spuckt immer. Die Baby Ben spuckt immer, ne? Guck mal deine tollen Haare an. Du spuckst schon wieder? Mama. Baby Ben hat mit Babygründen den Arm. Zeig mal deine Wuschelhaare. Lach mal die Mama an. Sag mal Mama. Oh. Whoa. Hahaha. Hi. Haha. Vielen Dank.